Er sagt, du kannst ja was kochen. Teller haben wir ja genug. Ich hab's ja mitgenommen. Ich hab's ja mitgenommen. Was soll ich dir sagen? Keine Zwiesikon im Auto, saß sie da. Mach die Rücklinie nach hinten. Ich krieg die Luft mehr. Ich krieg die Luft mehr. Ich sag, da ist ein Knopf an der Seite, drückst du drauf. Ich drück von der Lene nach hinten. Da ist kein Knopf. Da ist kein Knopf. Ich sag, an der Seite vom Sitz ist ein Knopf. Drückst du drauf, wieder nach hinten. Da ist kein Knopf. Da ist kein... Ich sag, an der Seite vom Sitz ist ein Knopf. Da ist kein Knopf. Ich geh die Tür auf, ich sag, Schatz, kick doch mal. Da ist der Knopf. Den hast du gerade hingemacht.